Aber jetzt geht es um den Rhythmus. Wie kann man überhaupt den Rhythmus diagnostizieren? Und da ist es relativ basal am Anfang und wird sehr abgefahren später. Und zu den abgefahrenen Sachen verspreche ich euch, da gibt es einen Haufen Videos, da gibt es nämlich richtig spannende Tachykatien. Ich sage nur FBI-Tachykatie. Wenn das nicht cool klingt, dann weiß ich nicht was. Also grundsätzlich hört man immer den Begriff Sinusrhythmus. Der Sinusrhythmus ist quasi der gesunde normale Herzschlag, wie wir ihn kennen. Ist grundsätzlich, wenn er gesund ist, meistens normofrequent. Also irgendwo zwischen 50 und 90 oder zwischen 100 und 40. Da gibt es verschiedene Definitionen, aber irgendwo in diesem Bereich. Hängt natürlich auch immer von der Klinik ab und von dem normalen Herzschlag des Patienten. Wie trainiert er ist, wie alt er ist, welche Medikamente er einnimmt. Aber was heißt denn eigentlich Sinusrhythmus? Sinusrhythmus heißt, es gibt eine P-Welle und es gibt einen QRS-Komplex. Und die sind regelmäßig. Der Abstand zwischen den beiden verändert sich nicht dramatisch oder verändert sich nicht relevant. Und die treten immer auf P-Welle, QRS-Komplex, P-Welle, QRS-Komplex. Immer hintereinander und rhythmisch. Und da kann man schon zwei ganz typische Rhythmusstörungen davon unterscheiden. Nämlich das sogenannte Vorhofflimmern und das sogenannte Vorhofflattern. Dazu verspreche ich auch, gibt es noch Videos in den Details. Aber grundsätzlich sieht man das sehr, sehr häufig, gerade das Vorhofflimmern. Und das kann man sehr, sehr schnell unterscheiden. Was ist das Vorhofflimmern? Vorhofflimmern heißt, da gibt es nicht einen Sinusknoten, der regelmäßig eine Erregung nach unten schickt und dann kommt die Erregung der Kammer. Sondern das sind wilde Impulse, die im Vorhof da herumschießen. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es mehrere Ursachen, warum Patienten Vorhofflimmern bekommen. Die schießen also, der Vorhof schießt ganz wild in der Gegend herum und der AV-Knoten darunter, der quasi die Tür bewacht zur Kammer, der lässt nur hin und wieder einen durch. Zum Glück. Denn wenn er alle durchlasst, dann kann das sein, dass man eine 200er, 300er Frequenz haben könnte. Also eine schnelle und lebensbedrohliche Frequenz. Also der AV-Knoten lässt nur hin und wieder einen durch, aber nachdem man es nicht ganz rhythmisch bekommt, ist das alles total arhythmisch. Also hin und wieder kommen wieder Schläge, die lässt er wieder durch, dann macht er kurz mal die Tür zu und so weiter und so fort. Ein Vorhofflimmern ist meistens normofrequent oder schnell, aber es gibt auch manche Fälle, besonders bei vorerkrankten Patienten, wo es eine langsame Herzfrequenz gibt, ein sogenanntes bradikates Vorhofflimmern. Wie sieht es dann am EKG aus? Entweder man sieht überhaupt keine P-Wellen, weil der Vorhof da so hinschießt und keine P-Welle aufzusehen ist. Und dann sieht man einfach QS-Komplexe, meistens schmal, die unregelmäßig da so auftreten. Da kann man einfach schauen, ist da wirklich irgendeine Periodik drinnen oder ist das völlig arhythmisch. Manchmal sieht man auch, gerade in einzelnen Brustwandableitungen, so Zacken dahin springen. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, Vorhofflimmern und Vorhofflattern zu unterscheiden, das erkläre ich gleich nochmal. Aber wenn ihr einen total arhythmischen QRS-Schlag habt und dazu irgendwelche komischen Wellen, die vielleicht P-Wellen sind oder nicht, dann ist das höchstwahrscheinlich Vorhofflimmern. Und das Vorhofflattern, das ist zum Glück ein bisschen seltener, ist auch ein bisschen schwieriger zu behandeln. Das Vorhofflattern hat meistens eine regelmäßige Überleitung. Das hat quasi eine, nennen wir es mal, kreisende Erregung im Vorhof. Im Vorhof kreist so eine Erregung und schießt mit hoher Frequenz, klopft es an den AV-Knoten an und der AV-Knoten macht dann relativ regelmäßig auf. Dann sieht man meistens sogenannte Sägezacken-Muster, ASP-Wellen und zwar ganz, ganz viele in einer schönen Regelmäßigkeit und genauso regelmäßig QRS-Komplexe, aber nur meistens alle drei Sägezacken kommt ein QRS-Komplex. Das wäre das sogenannte Vorhofflattern. Wenn ihr euch jetzt denkt, super verwirrend, kein Problem, zum Thema Tachycardien kommt nochmal was genaueres. Aber, wenn ihr jetzt in der Notfallsituation seid und euch denkt, okay, also ist jetzt Vorhofflattern, Vorhofflattern, das weiß ich nicht, was mache ich da überhaupt? Da hat das European Resuscitation Council, also die ERC in den Reanimations- und Wiederbelebungsleitlinien, einen ziemlich guten Algorithmus für die Basis-Notfallmedizin und der heißt Tachycardie, muss man nur zwei Informationen wissen. Frage 1, ist das Ganze rhythmisch oder arhythmisch? Und die Frage 2 ist, ist das Ganze breit oder schmal? Das heißt, ihr habt am Ende vier mögliche Varianten. Entweder es ist eine rhythmische Schmalkomplex-Dachycardie oder es ist eine arhythmische Schmalkomplex-Dachycardie. Klassisch wäre zum Beispiel jemand, der Stress und Schmerz hat, einen normalen Sinusrhythmus hat, der schießt einfach dahin. Oder wenn man Sport macht, hat man eine rhythmische Schmalkomplex-Dachycardie. Wenn man jetzt ein Vorhofflimmern hat, das schnell ist, dann können Sie sich erinnern, das ist total arhythmisch. Also dann ist es meistens eine arhythmische Schmalkomplex-Dachycardie. Also rhythmisch und arhythmische Schmalkomplex-Dachycardie. Und das zweite ist die Breitkomplex-Dachycardie. Meistens gefährlicher, nicht immer, aber meistens tendenziell gefährlicher. Und auch da rhythmisch oder arhythmisch. Ganz klassisch und potenziell lebensbedrohlich oder sogar im Rahmen einer Reanimationssituation wäre jetzt die ventrikuläre Dachycardie, die VT, als rhythmische Breitkomplex-Dachycardie. Die schießt so dahin und schaut richtig beängstigend aus, möchte ich fast sagen. Also wenn man so Patienten hat, die hin und wieder eine Monitorlänge, so eine VT haben, dann wird man schon ein bisschen nervös und kann eigentlich die Patches gleich kleben. Zumindestens vorsorglich. Und dann gibt es noch die arhythmische Schmalkomplex-Dachycardie. Das kann zum Beispiel Kammerflimmern sein, also auch was ganz, ganz Bedrohliches. Aber auch andere abgefahrene Dachycardien, wie zum Beispiel die FBI-Dachycardie. Aber dazu kommen wir später in einem anderen Video nochmal. Gut, das war es zu den Dachycardien. Und jetzt noch ein paar wichtige Bradycardien. Auch da kennen Sie den ERC-Algorithmus, quasi wenn die Patienten langsam sind und instabil geht es Richtung Strom. Das gilt natürlich auch bei den Tachycardien. Deshalb finde ich, ist es in der akuten, dramatischen Notfallsituation relativ einfach. Ist er schnell, sehr schnell oder sehr, sehr langsam und ist instabil drunter, also hat niedrigen Druck, kollabiert, hat Brustschmerzen, Schweißausbruch und so weiter und so fort. Dann meistens Stromtherapie. Je instabiler, desto Strom ist, finde ich ein guter Merksatz. Da braucht man auch gar nicht so grob differenzieren, was da wirklich los ist, sondern da geht es mal ums Leben retten. Aber zu den Bradycardien, da kennt ihr sicher die sogenannten AV-Blöcke, das hat man schon mal gehört. Im Endeffekt gibt es drei sogenannte Klassen von AV-Blöcken und insgesamt vier AV-Blöcke. Sehr schlau. Sehr schlau differenziert. AV-Blöck 1 ist relativ irrelevant, vor allem in der Akutmedizin oder vor allem im Rettungsdienst. AV-Blöck 1 heißt einfach, dass der Weg zwischen dem P und dem QRS, also zwischen dem Sinusknoten und dem AV-Knoten, verlängert ist. Über 200 Millisekunden, das sind fünf kleine Kästchen. Das ist ein sogenannter AV-Blöck 1. Also wenn quasi P und QRS weiter auseinander sind, als sie sein sollten, hat wenig Konsequenz präklinisch. In manchen Situationen kann das Probleme machen, aber eher für Patienten, die in der Klinik sind und wo man dann genauer nachforscht. Dann wird es schon ein bisschen interessanter. Das sind die sogenannten AV-Blöcke 2. Da gibt es wie gesagt zwei verschiedene Arten. Und der eine ist, wenn der Abstand zwischen dem P und dem QRS immer größer wird. Und dann fällt mal einer aus. Also P, QRS, P, QRS, P, kein QRS, P, QRS und so weiter und so fort. Das ist der sogenannte AV-Blöck 2, Typ 1 oder Mobitz 1. Und dann gibt es den zweiten AV-Blöck und der ist schon gefährlicher. Das sind Patienten, die potenziell schrittmacherpflichtig sind und die ein hohes Risiko haben, dass die in den sogenannten AV-Blöck 3, den totalen AV-Blöck, rutschen. Das sind nämlich welche, wo jeder, also zweite oder dritte oder vierte Schlag nicht beantwortet wird. Also da verändert sich die Distanz nicht, sondern da ist P, QRS, P, kein QRS, P, kein QRS. Oder P, QRS, P, QRS, P, kein QRS. Also 2 zu 1 oder 3 zu 1 Überleitungen, aber jedenfalls mit einer Periodik und keiner Veränderung der PQ-Zeit. Und als letztes, das gefährlichste, aber auch wieder fast das einfachste ist der AV-Blöck. Typ 3. Typ 3 heißt, oder AV-Blöck 3, heißt, ihr habt keine Verbindung zwischen dem Vorhof und der Kammer. Das heißt, der AV-Knoten funktioniert gar nicht. Der hat die Tür zugesperrt, unser Türwächter, und lässt niemanden mehr durch. Das heißt, die Kammer macht irgendwas und der Vorhof da oben macht irgendwas. Ihr seht es also, irgendwelche P-Wellen da durchlaufen und die haben überhaupt nichts zu tun mit den QRS-Komplexen. Meistens sind die QRS relativ langsam, also der reale Herzschlag des Patienten ist relativ langsam, manchmal so 30, manchmal 40, weil irgendein Ersatzrhythmus erkennt, Moment, da kommt ja gar nichts von da oben und nachdem ich sonst sterbe, versuche ich einen Ersatzrhythmus zu produzieren. Das sind meistens breite Komplexe mit einer relativ langsamen Frequenz, je nachdem, welche Ersatzzentren der Patient aktivieren kann. Das ist der AV-Blöck 3. So, jetzt raucht allen, die mit EKG noch nicht so viel zu tun haben, schon mal der Kopf. Keine Sorge, die ganzen Inhalte findet ihr nochmal auf unserer Webseite. Da sind auch nochmal die ganzen Grafiken in höherer Auflösung, da könnt ihr euch das alles nochmal durchschauen. So, das waren jetzt unsere Grundlagen zum EKG. Und zwar richtig basic am Anfang, wie funktioniert das Herz, wie schreibt man EKG, aber auch so ein bisschen, was ist überhaupt ein Sinusrhythmus und welche großen Rhythmusstörungen gibt es. Es gibt natürlich wahnsinnig viel mehr. Es gibt von der Notfallrhythmusdiagnostik irgendwelcher breitkomplex gefährlichen Tachycardien bis zur Stromtherapie bei langsamen oder schnellen Herzrhythmen, Kardiversion und Defibridationen und so weiter und so fort, bis hin zu ganz, ganz abgefahrenen Sachen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, meine Lieblingstachycardie, die FBI-Tachycardie oder auch Erkennung von einem ST-Hebungsinfarkt, aber vielleicht nicht nur der STEMI, den sieht man nämlich oft relativ schnell, sondern gibt es nicht auch einige andere Zeichen, die so ähnlich sind wie ein STEMI oder vielleicht vor dem STEMI auftreten, wo wir Patienten wirklich gut helfen können. Das wird es in den nächsten Videos geben, ganz sicher versprochen. Ich freue mich drauf. Bis beim nächsten Mal bei Nerdfallmedizin. Ciao! Bis zum nächsten Mal.